Hallo zusammen, schön, dass ihr reingeschaltet habt. Das Intro zur ersten Folge ist ja was ganz Besonderes. Heute wird es aber relativ kurz sein. Wir werden euch in der Folge den Podcast näher beschreiben und die Inhalte näher bringen und uns kurz vorstellen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen zum Podcast Makrotalk. Endlich geht's los. Die erste Folge nehmen wir heute auf. Und ja, wir haben beide uns schon mit dem Thema Makrofotografie lange beschäftigt und wir sind auch beide aktive Podcast-Hörer. Und bei der Suche nach Podcasts, die sich mit dem Thema Fotografie beschäftigen, sind wir beide zwar fündig geworden, aber nicht in dieser Nische, in der wir uns bewegen. Und wir haben beide ein relativ großes Wissen aufgebaut in den letzten Jahren zum Thema Makrofotografie und da hat der Gedanke nahegelegen, warum machen wir nicht einfach mal einen Podcast? Ja, die Vorteile von so einem Podcast liegen auf der Hand. Man kann ihn einfach konsumieren während der Fahrt zur Arbeit, beim Fahrradfahren, beim Joggen. Man kann nebenher noch was anders machen und hoffen dadurch, dem einen oder anderen ein paar Tipps und Tricks zu geben. Wir hoffen natürlich auch, dass von euch viele Fragen kommen werden. Vielleicht können wir dann auch Folgen aus euren Fragen gestalten und somit mit euch gemeinsam diesen Podcast wachsen lassen. Ich stelle mich gleich mal vor. Mein Name ist Torben, ich bin 38 Jahre alt und komme aus Süddeutschland. Ich habe 2016 mit der Makrofotografie angefangen und mich hat es dann im Prinzip direkt ins Studio verschlagen. Seitdem komme ich dann immer raus, sozusagen. Ich mache hauptsächlich Stacking, Makroaufnahmen von Insekten. Es ist schon mal ganz selten was anderes dabei. Mich haben die Insekten fasziniert und bin seit 2016 dabei geblieben. Ja, der zweite Teil vom Podcast bin ich. Mein Name ist Marc. Ich bin 40 Jahre alt. Ich fotografiere auch schon recht lange, 20 Jahre sind es jetzt und die letzten fünf bis sechs Jahre ist der Themenbereich Makrofotografie immer stärker in den Fokus gerückt und ich beschäftige mich eigentlich ausschließlich mit diesem Bereich. Ja, ansässig bin ich in Rheinhessen, also in Rheinland-Pfalz, Rheinhessen und in Torben habe ich kennengelernt über Instagram. Und er macht ja die Indoor-Insektenfotografie und ich bin so der Gegenpart dazu. Bei mir ist es die Outdoor-Fotografie und das Stacking haben wir gemeinsam, weil in beiden Bereichen wir Bildbearbeitung nutzen, wo wir oftmals auf Stacking angewiesen sind. Also Torben immer auf Stacking angewiesen und bei mir geht es ab und zu auch mit dem Single-Shot. Aber dazu kommen wir dann ja in den nächsten Folgen. Ja, und da wir beide in die jeweils anderen Felder von uns wechseln möchten, Marc möchte ein bisschen mehr Indoor machen, ich möchte ein bisschen mehr Outdoor machen, haben wir gedacht, ja, wir unterhalten uns einfach über dieses ganze Thema und lassen euch da teilhaben. Und wir hoffen dem einen oder anderen da ein bisschen Hilfe beim Start Outdoor oder Indoor geben zu können. Der ganze Podcast, wie der Name schon sagt, befasst sich natürlich im Kernthema mit der Makrofotografie. Wir werden da über Aufnahmetechniken, viel über Ausrüstung, dann die Tipps und Tricks, die wir euch weitergeben können, berichten und natürlich auch die Bildbearbeitung, welche Software wir benutzen und so weiter reden. Das soll das Hauptthema dieses Podcasts sein. Aber darüber hinaus wollen wir natürlich auch über die Randthemen, die uns auch immer wieder über den Weg laufen, berichten. Ja, neben der Makrofotografie als Thema werden auch Interviews Teil des Podcasts sein. Und da wir uns recht lange in diesem Bereich bewegen, haben wir natürlich ein gutes Netzwerk aufgebaut mittlerweile. Wir kennen viele Fotografen, auch Experten im Bereich Artenwissen, sei es Käfer oder auch Raubfliegen, sind uns bekannt. Und da haben wir auch schon die ersten Kontakte hergestellt und es besteht Interesse da, mit uns Folgen aufzunehmen. Und darüber hinaus haben wir auch Kontakt aufgenommen zu Firmenvertretern und auch hier wurde uns signalisiert, dass man für einen Podcast bereitstehen würde. Ja, und zum anderen wollen wir euch natürlich auch immer über aktuelle Themen berichten, was sich tut an der Hardwarefront, bei Linsen, bei Kameras, bei der Technik an sich und natürlich bei der Software. Ob wir darauf einsteigen, ob wir es nutzen oder wir vielleicht jemanden kennen, der uns darüber was erzählen kann, das wird auch ein wesentlicher Bestandteil dieses Podcasts werden. Ja, und zum Abschluss dieser ersten Folge haben wir noch ein paar Hausmitteilungen für euch. Also wir werden den Podcast versuchen, wöchentlich an den Start zu bringen. Wenn das mal anders sein sollte, dann werden wir euch das immer in der davorliegenden Folge mitteilen, sodass ihr da auf Stand seid. Wir wollen auch darauf hinweisen, dass ihr natürlich den Podcast abonnieren könnt und wenn es nach uns geht, auch sollt, weil wir möchten ja, dass unsere Podcasts, die wir aufnehmen, auch gehört werden. Und da wäre das Abonnieren ein toller Zug von euch. Ja, und im Prinzip sind wir schon durch mit der ersten Folge, aber wir wollen euch natürlich nicht nur mit den Infos um uns und um den Podcast an sich so stehen lassen. Die zweite Folge mit dem Thema, was ist eigentlich Makrofotografie, steht schon bereit zum Anhören und wir hoffen, dass ihr die natürlich auch hört und uns abonniert. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns jetzt schon E-Mails schreiben und zwar haben wir extra eine E-Mail-Adresse für den Podcast eingerichtet. Das wäre ganz einfach makrotalk.insektenfreunde.de und da könnt ihr uns Fragen stellen, die werden wir schnellstmöglich beantworten und vielleicht sogar mit in die ein oder andere Folge mit aufnehmen. Bis dann, macht's gut! Bis dann, macht's gut!